Nein, jetzt lädt er nach, Alter, lädt nach! Oh, Scheiße! Ja, ist gut, ich hab's kapiert. Ey, 20 zu 5, Alter, willst du mich verarschen? Da qualmt der Berg, Junge. Als hätte Bigfoot ein Schwarzchen lassen. Ja, die Map ist auch geil. Wo stören wir hin, Randolf? Ah, würd ich sagen. Attacke, hat mich geholt. Ah, wie Attacke meinst du? Na ja, gut. Er lungert ja nicht so rum, Jungs, wir müssen ihn erobern. Du rennst wie eine, da hast du irgendwie ein Tat am Heft geschlagen, weil du rennst da. Ah, hat grad einen, ey! Ich hab Hummeln im Arsch. Komm zurück, komm zurück. Ach, zurück. Ach, ich bin nur ein Gerät über so eine Schlamm. So, erst der Kill. Oh, ich brenne. Ich weiß gar nicht, ich bin tot. Die Dungern war schon wieder mal rum. Komm, äh. Willst du mich etwa retten? Ich bin mit dem Karm, guck mal, ich werd nur neben dem getötet. Ach, jetzt, endlich. Äh, Schala. Abrissbirne, Randolf. Warte, warte mal. Ich, ach ne, das ist ja da B. Doch, doch, dann guck ich mal zu B. Sag mal, hallo. Wo sind die alle? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich bald B. Ach, dem Schnee gehen die nicht raus. Ja, die sind schlau. Dort, Kopfschuss. Oh, wow, wow, wow. Leck mich doch, du Arschloch. So, jetzt hole ich meine, das sind, ne, 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 ne. Sanitäter ist hier ganz gut, wenn wir so eng kämpfen. Gehst du mal hoch hier? Freigeflucht? Nein! Bin raus. Schon wieder. So. Es gibt's doch nicht. Randolf, was ist da los? Warum ich das so? Ich habe, helft mir! Ich leg jetzt wieder zusammen. Du bist so feindlich. Ich habe gedacht, wir hätten schon gefangen. Bist du da? Hallo? Oh. Ich bin da, ja. Ich habe dich gerade gerettet. Ich muss mal nachlaufen. Guck mich an, wenn man dich nur reden hört ohne Falle. Ach. Da bist du ja wieder. Das tut mir weh im Herz. Weil ich esse. Nein, jetzt läd er nach. Alter, läd er nach. So, soll ich dich mal einladen? Was denn jetzt? Warte mal. Ach so. Der Trupp ist voll, Alter. Der Trupp ist voll. Ich kann dich nicht mal einladen. Hä? Oh man, ja. Na wieHool hall. Tja. Ei, Gott, ich komme denn. Das gibt es doch nicht, Randolf, was ist da los? Keine Ahnung, was da läuft. Der Trupp ist voll hier. Ich bin jetzt so reingekommen, mein ich. Ich bin jetzt ins Ding reingekommen. Ich schmeiße einen raus und diesen. Ich schmeiße einen raus und diesen. Ich verstehe das nicht, Randolf. Ich schmeiße einen raus. Geh drauf, boom, raus. Du bist doch Truppführer, oder? Ja. Ich schmeiße einen raus, wegen so einem Pimpf. Aber wahrscheinlich steht ein Däumtrupp, aber egal. Ich kann nicht trotzdem. Warte, dann gucke ich mal. Ich schmeiße ihn ja einen raus. Ja, ich bin schon wieder drin. Ah, okay. Ich hoffe, dass ich nicht gegen dich bin. Ja. Du bist dann bei dir, ja? Ja. Ja. 30 Sekunden drin. Drei. Killed. Echt? Ja. Cool. Okay. Als Sanitäter läuft's bei mir auch besser. Halt still! Ich bin der Dach! Hier! Erste Hilfe für dich! Aber wenn du da rumstehst, will man nicht gewinnen, wenn du mich nicht Tiseln lässt. Ich lege dich zusammen, Soldat! Ich habe definitiv zu wenig Munition. Ich lege dich wieder zusammen! Boah, ich kann hier als Traubein führen, Sanitäter. Ja. 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 Ich lege dich jetzt ab. Aha. Da oben. 17,5. 6,1. Ich komme doch mal hoch zu dir. Halt still, das haben wir gleich. Was passiert hier? Ich lege dich zusammen. Was? Was? Ich lege dich zusammen. Was? Was? Ich habe eben hinter zwei Stück gestanden und habe dir ein Ding in den Arsch geschoben. So eine Sprengding. Achso. War nicht schlecht. Scheiße. Ja, ist gut. Ich habe es kapiert. Zurück, 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 zurück. Ich bin gerade mal rein. Das ist ja Kampfgebiet zu Ende, aber ich dachte ich bin clever. Mann. Weißt du, ich treffe, obwohl ich in den Nebel rumschieße, treffe ich. Okay. Ah ja, ich muss mal mal reinwandern, ne? An diesem. Ey, die haben B schon wieder erobert. Gehen wir mal zurück zu B. Ich glaube, die kommen auch von der Seite jetzt hier. Das riecht verdächtig nach Hinterhalt. Ich kann ja nichts aufnehmen, aber was ist da los? Ich bin völlig da. Ich bin völlig da. Pfff. Neunt Uhr eins. Ich schuldig. Wer war der da? Renn ich hier hinten lang? Ganz ruhig, das wird schon wieder. Wir schauen mal hier an. Nein. Unter Einsatz meines Lebens, Junge. Ey, 20 zu 5, Alter. Willst du mich verarschen? Ich kann ja nicht rein. Du hast ein Radproblem. Du hast ein Radproblem. Ja. Ja. Ne, ne. Ich bin bloß hängengeblieben. Ich konnte nicht in das Gebäude dort rein. Schaltet so. Die ziehen sich zurück. Gestatten Vorhaut. Ich zieh mich zurück. Nein. Es liegt nicht an mir. Wenn ich damit rausfliege. Ja. Hallo. Aufheben. Thank you. Ja. Medizin. 12 zu 3. Wie belast du? 20 zu 5 oder so. Ja. Geht raus. Mhm. Nein. Wir haben Zielwerfer unter Kontrolle gebracht. Ich bin keine Sau. Warum bin ich fliege ich da raus? Ja, weil nämlich Messer im Alter. Was? So in Füße? Ich sehe nichts. Ach ne, die ist alles nass. Oh, die stoppt. Schade. Oh, wir müssen ein bisschen haushalten mit unseren Leuten. Wir müssen zwar hier abbauen, die sind nicht ganz dicht hier. Wir haben hier Hormonstörungen. Nein, komm, komm. Komm, halt, retten. Komm, halt, retten. Ein Problem weniger. War das geil, war das geil, Alter. Wie sie auf hier saßen. Und schon war das Leben vorbei. Nein, meins auch. Da kam noch einer rein. Ey, 28 zu 7, Alter. 28 zu 7, bestes Spiel ever. Ist doch nicht die Möglichkeit. Im Vergleich zuvor und zum ersten Spiel ist das ja hier ein Sahnehäubchen. ganz ruhig, das wird schon wieder. Komm, ich komme, Alter. Das sticht da schon. Oh, danke, danke, danke. Oh. Verbindlichst du Dank. Ich werde eine Bombe. Ich werde eine Bombe. Ihr ganz schön böse. Wir decken sie uns ein, wir decken sie uns ein. Wir decken sie uns ein, wir decken sie uns ein. Jetzt fährst du uns in den Namen. Stirb doch! Weiterfeuern! Wettung! Wiederschossen! V1-Rakete! Was ist los, Alter? Was war das? Da qualmt der Berg, Junge. Als hätte Bigfoot ein Schotzen lassen. Wettung! Wettung! Wiederschossen! V1-Rakete! Was ist los, Alter? Was war das? Da qualmt der Berg, Junge. Als hätte Bigfoot ein Schotzen lassen. Wir haben jetzt ein Mg. Wahnsinn, ey. Da kommst du nicht durch da. Komm, bei der Augen rufen auf. Ich hab dich schon gesehen, dass du da liegst. 25,9. Junge. Cool. Hol dich nach, schade. Ich spiel mal wieder zusammen, dann. Was, wir spielen jetzt wieder zusammen? Wir spielen wieder zusammen, ich will wieder zu dir. 25,10 stand bei dir. Aber auch nicht schlecht. Naja, ich hab ja mal 25 Minuten nach Hause. 30,17. Aber es war doch ein gutes Spiel. Aber schade. Eigentlich hätten wir dort stehen müssen.